Auf den Höhen des Himalaya scheint der Himmel so nah. Von dem Großwand eines Gipfelsturms geht's drei Schritte zu Gott. Du siehst Engel in der Milchstraße, wie sie schweben im Licht. Deine Flügel, die gefächert sind, glänzen golden-Türkis. Ihre Federn, sie verfliegen schon im Gestöber bergab. Um zu schneien mit Kristallteilchen tief hinunter auf dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017